So. Oder machen wir das direkt davor. Äh, komm, wir machen das direkt davor. Das, glaube ich, sieht noch besser aus. Dann hier wieder weg. Und da hin. Und natürlich hier wieder zumachen. Und auch da. Der weg. Und dann machen wir da aber auch drei hin. So, so und so und der dann. Und dann machen wir hier vor diesen Werkbänken hier. Da können wir noch ein bisschen Teppich hinmachen. Ähm, da würde sich schwarz... Ja, grau, nee, grau nicht. Braun, obwohl braun hier... Ja, nee, ich will lieber schwarzen haben. Jetzt muss ich natürlich nur schwarzen Teppich finden. Da ist keiner... Moment mal, aber schwarzer Teppich? Vielleicht in den Kisten draußen? Ich laufe mal nach draußen, auch wenn es Nacht ist. Ah, nö. Also hier sieht es nicht nur schwarzem Teppich aus. Und da auch nicht. Das heißt, wir müssen ins Lager und schwarzen Teppich holen. Oder vielleicht sogar schwarzen Teppich machen. Das werden wir gleich sehen. Hier... Oh ja, jede Menge schwarzer Teppich. Jede Menge schwarzer Teppich. So. Nee, noch eins weiter. Hier... Ah, das sieht gut aus. Hier... So, dann machen wir da noch. Und da noch einen hin. Obwohl das ein bisschen doof aussieht. Das sieht ein bisschen doof aus. Ach, ich mach das so. Nee, nee, nee. Das ist zu viel. Das da weg. Das da weg. Und dann kommt da noch eine... ...Werkbank hin. Ich muss nur eine finden. Nee, das ist eine Kiste. Will ich ja gerade nicht. Haben wir alle Werk... Nee, hier, da ist noch was. So, ihr könnt mal alle raus hier. Aufräumen tue ich euch später. So. Hier alles irgendwie reinschmeißen. Egal wo, was jetzt. So. Okay. Ja, ich würde sagen, damit haben wir eine schöne Werkstatt eingerechnet. Da, da... Ja, nee. Da in der Ecke nicht. Aber hier, guck mal, da oben drauf. Ja, doch, da müssen wir noch was machen. Das ist noch ein bisschen kahl. Und zwar... ... kann ich oben drauf sowas setzen hier. Ich kann auch mal eine Werkbank draufsetzen. Und eine Kiste. Sowas da. Ein Blumentopf. Ja, doch. ... will ich auch noch mal versuchen. Wir könnten eigentlich auch mal so einen Kolben da draufsetzen. Ja, aber nicht so. Nee. Äh, das muss ich anders machen. Moment mal. So. Äh, ich muss da eins höher. Das geht nicht. Nein. Nein, auch nicht. Ach so, ich kann da nicht höher. Ah, jetzt verstehe ich das. Ähm, dann... ... muss ich mir anders behelfen und das von oben machen. Sofern es geht. Aber nein, es geht gar nicht mal. Okay, ähm, ja, dann... ... geht das eben nicht. Aber doch, das muss ja irgendwie gehen. Warte, ach, guck mal. Hier, da ist das. Ah, okay. Okay. Jetzt müsste das passen. So, ich schau mal eben. Ja, genau. Jetzt ist er da so, wie ich das gerne haben will. Jetzt muss ich nur das hier noch drauf machen. Ja, genau so. Nein, ach so, das ist ja auch so eine halbe... ... so eine Stufe da. Ja, genau. Ja, klar, dann geht das natürlich nicht. So, wie sieht das denn jetzt hiermit aus? Kann man hier noch eine Kiste hinmachen? Und hier... ... steht mal eine Werkbank. Oder irgendwie sowas in der Art eben. Okay, und dann hatten wir da noch was. Da kann man auch noch irgendwo einen oben hin... ... äh, draufstellen. Nö, kann man nicht, weil hier... ... nee, das geht nicht. Doch, dann müssen wir den da hinstellen. So, genau. Okay, so. Ja, dann bin ich doch sehr damit zufrieden hier. Aber hier könnte man zum Beispiel... ... na, nee, das mache ich jetzt nicht. Wobei das aber hier passen würde. Oh ja, doch hier. Mir sieht es da aus. Das sollte eigentlich gehen. Ja, Hexe, ich habe dich gehört, aber... Oh nein, da geht das leider nicht. Nee, das mache ich da nicht. So, nur hier. Äh, ich muss eben nach draußen und zwei... Ah, die Nacht geht ja auch gleich wieder zu Ende. Sehr gut. Und zwei, äh, Treppen holen. Oder gar... Ja, 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 jetzt bin ich... ... doch, ja, ich bin irgendwie verzaubert. Langsamkeit und Vergiftung... Okay, die Vergiftung ist weg. Langsamkeit haben wir noch. Ja, ist egal. So, genau. Das hier. Die Dinger mag ich ja so gerne. Okay, das wäre es gewesen. Schön. Jetzt haben wir hier noch eine schöne Werkstatt hier. Wo man allerlei bauen und basteln kann. Reparieren und so weiter und so fort. Sehr gut. Und das heißt... Ja, da kann man Hex drauf machen. Wir sind fertig mit allen Gebäuden. Es ist ein denkwürdiger Tag. Ja, Hexe, jetzt hör auf. Ich bin immer noch langsam. Kann ich... Nö, ich kann nicht laufen. Okay. Ich will mal schauen, wo die Hexe so rumläuft. Ähm, nein. Das war wieder zu hoch. Da dachte ich mal, ich sei schlau und würde gleich in die richtige Höhe gehen. Aber nö, doch nicht. So Hexe... Da unten steht sie. Ja, da kriege ich sie auch gar nicht mal mehr mit dem Bogen. Okay, ja. Sehr schön. Haben wir alles gemacht hier. Dann, äh, schauen wir mal nach draußen. Ah, das finde ich echt cool hier mit diesem... Mit diesem... Na, wenn das hier alles so offen ist. Also es ist offen zum... Na, da kann Luft durch und Licht kann rein. Aber es ist eben... Man kann nicht rein und raus laufen. Und das finde ich richtig gut. Ja. Okay, gut. Belassen wir das hierbei. Ah, wobei wir das hier auch noch... Bei dem einen da... Doch, das machen wir. Hier, komm, wir machen das ein bisschen asymmetrisch. Von außen sieht man das ja nicht. So. Genau, da... Das hier weg. Okay. Ja, genau. Jetzt schauen wir mal auf die Karte. Wir müssen hier draußen noch was machen. Ach ja, aber ich wollte jetzt zunächst noch was anderes machen. Genau. Ja, dann fangen wir doch damit mal an. Und zwar... Also hier sind wir fertig. Oh, das freut mich, dass wir endlich fertig sind. Hier mit diesen Gebäuden. Und... Aber draußen müssen wir eben noch was machen. Da... Da ist eben noch was zu tun. Ist die Hexe jetzt weg? Joa, die scheint weg zu sein. Ach nee, da vorne. Da läuft sie. Da kommt sie jetzt wieder. Ja. So. Ich habe sie erwischt, aber sie hat mich auch erwischt. Mit Langsamkeit wieder. Naja, das macht mir jetzt nichts aus. Okay. Also, dann werde ich nach der Aufnahme diese Kisten da weg machen. Und auch die... Ja, die Kisten lasse ich da. Aber ich werde sie ausleeren. Und alles ins Lager räumen. Ja, ich mache einfach mal alles weg. Und was wir dann hier draußen noch brauchen für die Gestaltung hier, das hole ich mir dann eben erneut. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal zum... Oh, guck mal, ich habe Glas gefunden. Äh, von der Hexe. Also, wir kommen eben. Brauche ich aber jetzt nicht. So. Jetzt gehen wir nach unten in Silo. Und machen da weiter. Und zwar nicht mit der Beleuchtung, was ich ja ursprünglich als das nächste angesehen habe. Sondern hier draußen, hier vorne. Ja, das nervt, wenn ich langsam bin. Aber egal. So, hiermit. Denn da ist mir was eingefallen, was mir sehr gut gefällt. Das will ich gerne umbauen. Dazu brauche ich erstmal weißen Ton. Wo haben wir denn jetzt Kisten? Da haben wir was. Da ist aber leider nichts davon drin. Okay, gut. Haben wir hier noch Kisten? Äh, nö, da nicht. Da auch nicht. Okay, gut. Ja, aber das ist ja Unsinn, wenn ich da... Habe ich jetzt immer noch... Ja, okay, noch ein paar Sekunden. Gleich ist der Effekt weg. Hier, ich baue das mal alles ab hier. So, kommt mal alles mit. Ansonsten sind... Langsam reden. Ansonsten sind wir hier ja fertig. Aber die Beleuchtung fehlt noch. Ja, da ist eben noch einiges zu tun. So, jetzt stelle ich mal die Kiste... Oh je, ist das viel. Einfach mal da hin. So, rein damit. Rein damit. Und das da hier... Okay, das passt alles. Oh ja, das muss auch wieder weg. So, das ist alles weg. Ja genau, die Werkbank kann auch weg. Okay, und jetzt brauchen wir das hier. Erstmal. Ich brauche aber auch... Ja gut, alles der Reihe nach. Und zwar, also folgendes. Meine Idee ist, dass ich nämlich hier, wenn man hier runterkommt, nicht einfach hier so weitergeht, hier um die Ecke rum und dann so, sondern dass man erstmal hier... Ja, ich mach mal einfach mal hier so... Achso, hier ist... Na, nee, dann machen wir das doch... Achso, das hier erstmal eine Absperrung ist. Hier, so, das kommt noch eine Tür hin. Und dann hat man hier nämlich die Schalt- und Waldzentrale. Und hier... Ja, das... Boah, ich weiß nicht... Nee, das mach ich dann doch so. So, hier ist ein weiterer Ausgang mit einer weiteren Tür. Und das da hier, das versetze ich. Das will ich gerne da lassen. Das will ich aber versetzen. Ach nein. Ach. So, ich will das da hin haben und... Das da hin. So, dass das nicht direkt vor der Tür ist. Könnten wir sogar noch... Naja, eins weiter... Ach doch, warum nicht? Ist doch egal. Platz ist ja da. So. Ja, und dann noch zwei Türen. Und hier... Ah, das ist aber richtig groß hier. Das macht nichts. Hier, aber wie war jetzt die Idee? Also, das ist hier so weit schon mal ganz gut. Ich mach mal das hier noch weg. So und so. Ach ja, genau, das da... Nee, das ist ja jetzt im Inneren. Genau, dann kann das ja so bleiben. Das sollte ja im Inneren... so sein. Aber das mit der Tür, das gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz. Ähm. Ich muss das mal... Also, ich wollte das aus Glas machen hier. So, das kann dann so bleiben. Das sollte im Inneren dann sein. Das ist es jetzt auch. Okay, wir müssen mal ins Lager. Und Sachen holen. Und zwar brauchen wir... Ähm, Birken... Genau, hier. Diese Türen aus Birkenholz, weil die eben auch so hell sind. Und dann Glasbausteine. Ja, hier haben wir welche. Ich glaube, ich hab welche drüben auch irgendwo. Aber bis ich die finde, dann... Das dauert mir zu lange. Ähm, wo muss ich jetzt hin? So, das war meine Idee. Ich probier's jetzt einfach mal aus. Genau, ich kann ja schon mal eine Tür... ...da hin machen. Ja, genau. So. Ja, das passt. Ja, da kann die Tür ruhig so bleiben. Und hier... ...kommen die Glasbausteine hin. Und hier auch noch mal einer. Ja, doch. Ich würde sagen, das kann man nur lassen. Ja, aber... Moment mal. Ich brauche auch noch... ...das will ich hier und dort machen, ja. Äh, nämlich einen... ...hier so eine Druckplatte. Haben wir hier Holz? Ja, natürlich wieder nicht. Äh, ja doch, genau. Kreisdorf. Ja, ist richtig. Mal schauen. Holz, äh... ...oder gleich sogar Druckplatten. Äh, Moment. Ich muss klarkucken. Jetzt ist natürlich hier alles total durcheinander. Holzdruckplatte. Drei Stück. Und ich glaube, wir brauchen auch nur drei. Ja doch, so war das eigentlich gedacht. Ja doch, das ist richtig. So, und zwar hier. Genau, hier draußen eine. Und drin eine. Und hier nur... ...drin. Ja genau, hier so. Und eben nicht draußen. Ja, genau. Okay. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ähm... ...dann kann man hier... ...mhm... ...mhm... ...ja doch, da kann man auch so... ...irgendwie so... ...das mach ich aber auch aus... ...aus... ...ne, wie heißt das? Mhm... ...ma... ...ne, nicht Marmor. Wie heißt denn das? Hier, Ton. Hm? Hm?